Hallo, wie auch immer zuschaut. Wahrscheinlich keiner. Du hast Twitch oder? Aufnehmen. Aufnehmen. Okay. Noob Clan for the win. Was ist Noob Clan? Wir sind die Noob Hunters, okay? Ja, wir jagen selber, oder? Das habe ich mir auch gerade gedacht. Deprimierend. Das ist etwas. Oh, leck. Aha, Hauptsache da ist schon ein Gegner. Oh, ist die ja schon wieder hergekommen. Headshot. Daumenauern, jawohl. Nein, von hinten. Nein, jetzt liegt er da. Wart nicht mehr. Wartet. Nein, ist weitergelaufen. Mein Gott. Ich bin direkt in Spawner in die Grenze. Ah ja, genau. Warum stirbt er nicht? In drei Leute habe ich geschaut. Nein, ist da um einer. Triple kill mit drei Leute, hallo? Das ist Standard. Ja. Ja, bist du denn? Na! Hä? Nein, Alter. Ups. Was? Hahaha. Oh. Jetzt machen wir vorstens keine Ohrmikstum. Nein. Nein. Hashtag lebt. Ach. Hm 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 Hm. Also, EMP-Granaten ist auch sozial bei meinem Millimeter-Scanner. Verzeihung. Ja. Nein. Ich hab schon ein bisschen schneller killen können, Alter. Hä? Ich hab die zuerst gekillt und auch nicht am... Ach so, du hast mich gekillt. Ja, ich hab nichts gesehen, ich war von der EMP-Trofen. Ich hab... War blind. Direkt. Aber ich hab vorbeigeschossen. Die Drohne haben die Drohne zerstört! Drohne weg und Drohne wieder da! Aaaaaaaaaaaaaaah! Scheiße! Drohne steht bereits! Ah, das war so klar, dass er jetzt von hinten kommt. Der hintere Drohne nähert sich! Ich renn beim X vorbei! Ring, Ring, haha! Warum werde ich die ganze Zeit von einer geschissenen DMP-Granaten getroffen? Hallo über Millimeter-Scanner, was tue ich damit, wenn ich die ganze DMP drauf hab? Nein! Haha! Die feindliche Drohne nähert sich! Ey, Alter, was geht, hey! Aio, natürlich! Na, nicht hier Hunter-Killer-Drohne unterwegs! Na, nicht hier Hunter-Killer, ich muss das! Meine Güte, jetzt hat mich das gleich wieder dran gemacht! Schön machst du das, Mike! Schön! Schön hast du die Drohne runtergeschossen! Wundervoll! Ah, der schlussene Bunnyhopper da! Warum kriegt man für Teamkills keine Punkte? Dann hätte ich schon... Was brauche ich hier und da? Ahhhh, beim Nachlaufen wieder! Der Totbringer auf Hardcore ist überhaupt full! Für nix! Ja, genau! Ja, komm! Ah, der leckt einmal schön gemütlich, da bin ich in der Gegend herum, der Gänger! Der Wächter bringt sie ja auch so viel! Jetzt bin ich ja mit dem Schuss gelaufen! Der Mia, der Gänger da, der Schnucki! Na, Schnucki! Darf ich dich abschießen, dann fliege ich raus! Nein! Kann ich sagen, wegen dir bin ich rausgeflogen! Hm? Ich hab Angst, wenn du jetzt vier lauf! Schau, wie er sich schon wieder hinlegt! Geh das mal selber! Das war ein Noob-Killer letzte! Ich hab nämlich einfach um die Ecken geschossen, weil der gerade gesturben ist, aber einfach irgendwo hingeschossen! Das ist halt sicher gerade, wie er stirbt! Und dann einfach... Den rechten hab ich vorher gar nicht gesehen! Da fangt's schon mal an! Aber Hauptsache mein Millimeter-Scanner hat ihn gesehen! Ja! Ja, wohl geile Partie!